FBPS 600i, das weltweit erste Sicherheitsbarcode Positioniersystem. Für die sichere und schnelle Positionserfassung mit einem Gerät. Zertifiziert mit Performance Level E. Mit dem FBPS 600i ist nur noch ein Sensor für die sichere Positionserfassung notwendig. Das Gerät wird über zwei SSI-Schnittstellen an eine sichere Anschalteinheit angeschlossen und ist mit Performance Level E zertifiziert. So lassen sich Sicherheitsfunktionen besonders einfach umsetzen. Typischer Einsatzbereich ist die sichere Positionserfassung an Regalbediengeräten. Für die sichere Erfassung der X- und Y-Position ist jeweils nur ein Sensor notwendig. Mit ihren kurzen Fehlerreaktionszeiten von 10 Millisekunden sind die Geräte speziell für den Einsatz bei schnellen Bewegungen geeignet. Durch die seitlichen oder nach unten gerichteten Anschlüsse lassen sich die Kabel optimal in der Anlage verlegen. Die Geräte arbeiten mit einem Laserabstand von 50 bis 170 Millimeter und sind dadurch flexibel integrierbar. Das durchdachte Befestigungskonzept spart Zeit bei der Montage und im Servicefall lassen sich die Geräte schnell tauschen. Die FBPS 600i arbeiten besonders zuverlässig. Jeder Scanvorgang liest gleichzeitig mehrere Codes, aus denen die Positionswerte ermittelt werden. Durch den schrägen Verlauf des Scanstrahls und die Bewegung des Gerätes wird jeder Code an verschiedenen Stellen abgetastet. So werden Lesefehler durch lokale Verschmutzungen oder Beschädigungen vermieden. Auf dem optionalen Display können Positionswerte und Statusmeldungen direkt am Gerät abgelesen werden. Das selbstklebende Kunststoffband ist UV-beständig, extrem widerstandsfähig und mechanisch belastbar. Die aufgedruckten Positionswerte sind leicht lesbar und vereinfachen die Handhabung. Die optionale Heizung erweitert den zulässigen Temperaturbereich auf minus 35 Grad Celsius für den Einsatz in Tiefkühllagern. Sicheres Barcode-Positioniersystem FBPS 600i. Für die sichere Positionserfassung mit nur einem Gerät bis Performance Level E. So lassen sich Sicherheitsfunktionen besonders einfach umsetzen und der Installationsaufwand wird reduziert. Die kurze Reaktionszeit von 10 Millisekunden ermöglicht den Einsatz bei schnellen Bewegungen und die Geräte arbeiten zuverlässig durch die gleichzeitige Abtastung mehrerer Codes und das robuste Barcode-Band. Bis zum nächsten Mal.